So, hallo ihr Lieben, ihr seht mich jetzt mal nicht, dafür seht ihr aber die Zutaten, mit der jetzt gleich der Produkttest Babybrei, und zwar ein Kohlrabi-Butenbrei vorbereitet wird von mir. Also, ihr seht hier Kohlrabi, eine ganze Kohlrabi, zwei Kartoffeln, die schon geschält und auch geschnitten sind, Butenfleisch, ca. 100 Gramm und Petersilie. Aus diesen Zutaten werde ich jetzt gleich, hoffentlich, einen ganz tollen Brei fabrizieren, ihn dann im Anschluss meinem kleinen Sohnemang zum Kosten geben und euch dann gleich im Anschluss berichten, wie dieser Brei ausgefallen ist. Also, wünscht mir ganz viel Glück.